steckt dieser gründer meine erfindung der einstecktuch halter die löwen in die tasche für so ein ding gibt doch keine zehn euro und meine kettyskop all in one ist die innovativste katzenstreuschaufel weltweit nimmt dieser erfinder die löwen auf die schippe worum geht's man holt quasi nur das pupu die höhle der löwen dienstag 20 uhr 15 bei vox letzte folge verpasst jetzt in voller länge bei tv now ansehen